ok schauen wir uns mal die einblicke an die wir gewonnen haben also wir sehen wir haben schon relativ viel hier wieder durchgespielt vom dlc es geht gar nicht mehr so weit eigentlich es sind bloß noch zwei einblicke die uns fehlen gut war auch nicht zu erwarten dass es jetzt so ultra lang ist aber werfen wir doch mal einen blick auf das was wir jetzt freigeschaltet haben eine zeit des lebens i wasn't raised here but my mom talked about how it'd be so dark it was dark in the wintertime and in december 21st we see the Sun for about three hours I'm the rest is dark so the days start to get longer right after that shortly after that my mom in her story she says the real people come out everyone comes alive just because they've been inside so long I'm always happy to go on the spring stairs because the caribou are migrating north bears are coming out of hibernation rabbits and such they're all all over the place they're not hiding under the snow anymore you know like the elders used to tell me soon as they saw those snow bunting to small birds the new season would start for gathering food they knew they'd be happy because the fresh food is starting to come around we'd be getting geese eggs or tegel eggs or any kind of duck eggs we'd go camping in the early spring go go out with dog teams when I was a kid to a spring camp and it was anywhere that my folks thought that we can get the most food right here in the peninsula we'd walk back from our camp and hunt muskrats and my mom would dry the kids and so it's a time of just all the gathering activities all the busyness it's when the life really springs up again I can imagine that just because of the darkness that you can imagine that you can then the early spring again another way I mean even we have that actually these feelings feelings when the winter is over when you have the right winter and then finally the sun comes and the days are longer and it's also a bit warmer and I can imagine when you really have Polarnacht or maybe three hours only the day that it means then not a little bit stronger is that you have the early spring in the spring that you know in the spring that you get a little bit more worth everything so and a story from ice because we're all in Japan you know upriver along the coast I'm considered coastal that it means I'm next to the ocean who me is up the river and I'm proud to be a weil ich kann dort, wo die Leute nicht. Ich hatte mich zu bemerken, dass alle die Konditionen sind. In fact, ein Freund von mir, ein Älder, hat sich schon seit einem Jahr kam, hatte ich einen kleinen Boot, so dass der Eis war. Und dann kam der Eis von Cayenne. Und dann kam er und sagte, »Ich komme jetzt um zu sehen, wie ihr euch huntet. « Ich sage, »Okay, ich habe mein Boot bereit, und wir fangen. Und der Eis war immer weitergegangen, mit den Chancen und so weitergegangen. So, da war eine Kusentern, ich war auf den Kusentern, wie die Eis war, wie die Eis war, wie die Eis war, wie die Eis war, und wie das automatisch war. Ich war wirklich auf die Daden. Und ich sagte, oh, wir müssen hier raus. Und er hat sich gesagt, wie wir hier rauskommen sind. So, ich fang aus. Und er war hinter mir. Ich ging durch, okay, und dann, er ging durch. Und er sagte, er hat sich zurück, und die Eis kam, und es kam zusammen. Es kam zusammen und kam auf, wie das. Und er schießt seine Hände, und er sagte, ich will never question den Preis des Seale-Oil wieder. Ich sehe die Dauer, die Sie gehen. Wenn Sie nicht wissen, was Sie sind, ein paar Dinge passieren können. Ja. Das ist eine gute Geschichte. Was ist die Wahrheit? Ja. Was ich... Was ich... Was ich wirklich... Ja, selbst innerhalb der Inupiat gibt es natürlich die verschiedensten Wege zu jagen und zu leben. Und klar, man nimmt das dann wahrscheinlich auch gar nicht so wahr, wie viel Wissen man eigentlich hat, wie viel Spezialwissen über ein bestimmtes Thema, weil man einfach hineinwächst und es einfach mehr Erfahrungsschatz ist, als jetzt gelerntes Wissen. Wissen, also bewusst gelerntes Wissen. Und das sind dann eigentlich so viele Dinge, auf die man wahrscheinlich automatisch achtet, dass man es einfach überhaupt nicht mehr wahrnimmt und das dadurch gar nicht erstmal so wertzuschätzen weiß. Das gilt garantiert auch für uns hier in der normalen Zivilisation, in irgendwelchen Dingen, in denen man gut ist. Man nimmt es wahrscheinlich gar nicht wahr, warum man gut ist in den Dingen, einfach weil es so automatisch passiert, dass man bestimmte Denkmuster, bestimmte Abläufe vollzieht und erst wenn man mal von anderen darauf hingewiesen wird, kann man das dann überhaupt wertschätzen. Also eigentlich ist es auch, das ist auch ein Grund, warum es eigentlich gut ist, wenn man viel mit anderen teilt, wenn man dann auch seine eigenen Fähigkeiten wertzuschätzen lernt, wertzuschätzen weiß. Also Reisen in andere Gegenden muss nicht nur zwangsweise dazu da sein, um was über die anderen zu lernen, sondern manchmal kann man dann auch was über sich selbst lernen dabei. So, lasst uns mal weitermachen. Die große Maus, die große Maus. Schauen wir uns das an, was es denn mit der auf sich hat. Achso, ich bin schon wieder dran. Na gut. Hier scheint es ein ganzes Stück ruhiger zu sein, die Strömung. Ich bin schon wieder dran. 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 Okay, nehmen wir das doch einfach mal. Ich weiß gerade zwar noch nicht, wofür wir den brauchen, aber... wird schon passen. Aufs Boot. Es scheint zu funktionieren. Gut. Weiter geht's. Wir haben einen tüchtig Tiefgang. Ich glaube, das Wasser trinkt bald ins Boot ein, wenn es so weitergeht. Ach, jetzt sind wir vielleicht schwer genug, um der Strömung zu widerstehen. Kann das sein? Nee. Okay. Hätte sein können. Dann gehe ich mal mit Fuxi auf Tauchstation. Äh, auf Tauchstation. Und schau mal, was wir hier unten vielleicht machen können. Ach, ich habe eine Idee. Lass mal mit Nuna hier den Stein runterwerfen. Wiiiiiii. Genau so habe ich mir das doch gedacht. Und damit gehen wir auf Tauchstation. Fuxi, kümmere dich drum. Ja genau, das dachte ich mir noch. Ziehen wir doch mal den frechen Geist ein Stück zur Seite. Und damit kann es weitergehen. Ein totes und verlassenes Dorf. Ist hier etwa die Maus eingefallen? Man weiß es nicht. So, wieder mal mit Nuna am Start. Ups. So weit, so gut. Nein, ich will schon bei Nuna bleiben. Rein ins Boot. Nicht dahin rein ins Boot, wollte ich sagen. Das war auch nicht der Plan. Tut mir leid, Geist. Du musst mir nochmal einen geben. Dankeschön. So, jetzt aber. Brumms. Mitten rein ins Boot. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für das Boot. Ups. Etwas daneben gehüpft. Achso, Moment. Wir müssen schon wieder basteln hier. Ähm, 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 ähm. Ich glaube, ich gehe erstmal drüben den Geist wegholen. So Fuxi, zieh den mal hoch. Ah ja, genau. Ich seh schon, ich seh schon. Ich seh schon. So, dann nehmen wir den Stein und schmeißen den einfach mal in die Strömung. Oder auch nicht. Okay. Ich dachte, dass es ihn vielleicht mittreiben würde mitten in die anderen Eisblöcke rein. Aber das hat dann leider nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Können wir aber vielleicht... Ah, Mist. Vielleicht müssen wir das Botenstück zur Seite ziehen. Das kann sein. Ja, geh mal bitte runter, Luna. Das ist schon in Ordnung. Mal ein Stück zurücksetzen. Und das war vielleicht schon etwas zu weit. Ne, das ist sinnlos. Ah, nochmal. Kurz anhalten. Ich wäre eigentlich gar nicht so weit hier. Das ist ein bisschen mit Maßarbeit verbunden. Kleines bisschen zurücksetzen, sodass ich hier direkt dran vorbei werfen kann. Aber schon noch so, dass ich dann hier noch hochkomme. Das ist das Problem. So, könnte funktionieren. Mann, ich nehme mal die falsche Taste. Ah, die wirft das zu weit. Also der Plan ist eigentlich, unten die Eisblöcke zu zerstören mit dem anderen Eisblock hier wieder. Nun stelle ich mich momentan... Ah, gar nicht so weit weg. Ich würde gerne mit Fuchsi das Ding hier verschieben. Das wäre cool. Nun stelle ich mich momentan halt noch relativ dumm an dabei. Okay, wir machen es mal anders. Wir werfen erst mal aufs Boot drauf hier. Nein, wir werfen nicht aufs Boot drauf. Wir werfen drüber hinaus. Ähm... Ich kann natürlich auch versuchen, noch ein Stück weiter zurückzusetzen. Ne, da bleibt sie an der Kante hängen. Das ist ja... Ah, ist das shitty. Kriegst du das hin? Ne, kriegt sie nicht. Also mit Schwung vom Boot springen klappt nicht. Dann müssen wir es anders machen. Mann, 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 Mann. Ich wechsle immer die Charaktere auszusehen. So, dann werfen wir es erst mal aufs Boot drauf und dann müssen wir halt vom Boot aus nach unten werfen. Ach, komm schon. Jetzt stell dich mal nicht so an hier. Ja, gib her. Der Geist hat ganz schön Schwerarbeit zu leisten hier mit uns. Geht doch. So hatte ich mir das doch eher gedacht jetzt hier mit dem... Werfen. So, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Ein Stück zurück. Ach, ich kann das so schlecht einschätzen, wie weit ich jetzt muss. Hm. Nimm schon mal. Könnte bald passen, oder? Na! Ja! Sehr gut. Jetzt ist Fuchsi wieder dran. Uh, war das eine schwere Geburt. Mann, 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 Mann. Fuchsi, den nach unten. Und wieder zurück. Aufs Boot. Und weiter geht die wilde Reise. Wunderbar. Ja. Ich bin der Typ. 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 Warum das? Worüber genau? Ich dachte mir fast gerade. Sorry. Ich hätte wahrscheinlich springen sollen Probieren wir das doch jetzt mal Ja, genau so dachte ich mir das Halt, warte auf mich Alles gut, bin dabei, wunderbar Kein Problem War irgendwas? So, wir brauchen mal wieder einen Eisblock So, können wir unten schon irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube momentan würde es noch nichts bringen Mit Fuchsi unten reinzuspringen Ach, bin zu weit weg So, jetzt aber Genau, wir brauchen erstmal hier oben wieder einen Eisblock Jetzt treibt mir das Boot natürlich so weit weg Scheiße Ah, schrecklich Mach nochmal zurück hier bitte Ne, nicht so stark Das ist gar nicht so einfach, das richtig abzuschätzen Wie stark man hier jetzt die Taste drücken muss Um das Boot genau in die Position zu bringen, in der man es braucht Hops Aber jetzt sollte es eigentlich ins Boot reinfallen, oder? Jawohl Sehr gut, sehr gut Hops So, jetzt müssen wir bloß noch schauen Wo wir anfangen Ich würde sagen, hier drüben Bei den Eisblöcken Sollte schon passen vom Schwung her Nimm schon mal den Achso, das ist gar nicht der Eisblock Das war Fuchsi Es war sogar ein bisschen zu viel Schwung So ein Mist Ach, ich kann das auch gleich über die Kante werfen Das muss mir doch jemand sagen Kann ich das mit Fuchsi noch ein bisschen verschieben, das Ding? Nein Natürlich nicht Mit Luna? Auch nicht Schade Jetzt liegt es halt sinnlos in der Gegend rum, ne? Ich hoffe, du ertrinkst nicht, Kleiner Ne, er ertrinkt nicht, aber er steckt fest Ah, jetzt geht es wieder Süß, wie sich das zottliche Fell ausstrubbelt Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof Und ich weiß auch nicht Ob wir jetzt noch einen zweiten kriegen Ich hoffe doch Schauen wir einfach mal Wie sieht es aus, Kollege? Sponsorst du mir noch einen? Nicht? Das finde ich ungehörig Das ist gar nicht mal so okay Scheiße Ja komm, geh runter Passt schon Ähm, was mache ich da denn jetzt? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen ungünstig Ist das so Huch Blöde Einrastfunktion Ist das so gewollt eigentlich jetzt? Jetzt komme ich nicht mehr ins Spiel zurück gerade Na toll Was ist denn das für ein Mist hier? Das ist super Weil die Taste, ja die Umschalttaste ist Mit der man reingreifen muss Und wenn man sie zu oft drückt Kommt die Einrastfunktion Ich muss glaube ich mal kurz unterbrechen Und nochmal neu das Spiel starten Ich komme nicht mehr rein gerade Also bis gleich Okay, weiter geht's Äh, ja, wie gesagt Ich musste das Spiel nochmal neu starten Weil ich nicht mehr reingekommen bin So, Moment Das Boot muss ich mir gerade nochmal richtig stellen hier Das steht ja noch nicht ganz richtig Ne, ich bin einfach nicht mehr reingekommen Dank der Einrastfunktion War super Ganz toll Da freut man sich immer Wenn man sowas hat Wunderter Technik Vielleicht sollte ich die Scheiß einfach mal rausnehmen Diese Einrastfunktion Kann man ja glaube ich irgendwie einstellen Ne Habe ich mich noch nie mit beschäftigt Weil es mir meistens relativ egal ist Aber wenn es mir das Spiel zerhaut dadurch Dann ist das natürlich uncool In höchstem Maße Zack So Und diesmal versuchen wir einfach mal Das Ding an die richtige Stelle zu werfen Okay Wieder ein Stück zurücksetzen Es ist aber gut zu wissen Dass wir es auch über die Kante werfen können Nimm schon mal So Jetzt sollte es doch eigentlich passen, oder? Na bitte Ach, grandios Das ist ja super Mensch, so viel auf einmal Coole Sache Okay, Fuchsi Mach dich mal nach unten Ach, wir kommen mit ihm noch gar nicht hier runter, oder? Ne, ich glaube nicht Aber wir können drüben einen abholen Alles klar Wofür bist du denn zuständig hier, Kollege? Hallo Wo ist Fuchsi denn? Fuchsi? Ach, da hinten Das war bizarr Na gut Aha, 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 aha Wir brauchen noch einen Eisblock, wie sie aussieht Ich glaube schon Nuna, du bist dran Das Füchschen kommt schon von alleine rein Was? Wer wirft denn hier mit Eisblöcken? Hast du noch einen? Danke Das ist natürlich nett So, nimm den mal Können wir gleich hier rüber werfen Zack Und jetzt dort rein Und damit sollte Der Eisblock dort auch Geschichte sein Ein Traum So, jetzt müssen wir bloß nochmal Kurz mit Fuchsi runter Um die andere Abteilung dort platt zu machen Und dann können wir auch schon tiefer hinein vorstoßen So, passt das denn soweit? Ich hoffe mal, ich hoffe mal Ich weiß momentan noch nicht so richtig Wie es denn aussehen soll Na, wir schauen mal Ein Eisblock bitte Nicht neben das Boot Erschlagen Sie mich nicht damit Danke So Ach, warte mal Jetzt ist der unten Irgendwie gehemmt Also, der obere meine ich Der, der obereste Dingens Strahl halt Na, mal schauen Ah, okay Der kullert jetzt ganz gemütlich nach unten Alles klar Gut, dann passt das ja Der kullert noch ein Stück weiter Und dann dort rein Gut Okay, auf in die Tiefen Kommst du, Nuna? Oder muss ich dich erst anpfeifen Ja, machen wir es halt so Machen sie sich auf den Weg da oben Auf nach unten Ich hoffe, ihr habt die große Lunge mitgebracht So, was haben wir denn hier Oh, nein Na, großartig Ich hoffe mal, es geht so Ach, du Schande War das die Maus? Ich wollte ja jetzt noch nicht begegnen, muss ich zugeben Hier ist aber irgendwie auch Feierabend hier hinten Was jetzt? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt Wir schwimmen einfach mal wieder zurück Vielleicht müssen wir ja noch weiter nach unten Ja, ich glaube schon Okay Sieht interessant aus Ah, sehr gut Flippen Wechseln wir mal wieder auf Nuna Auch wenn ich gerade noch nicht ganz sicher bin Na, ich stelle Nuna erstmal hier oben ab Das sollte ganz passend sein, denke ich mal Und Fuchsi macht sich auf den Weg nach unten Und wird mal den Geist hier nach rechts verschieben Ich glaube, das könnte uns weiterhelfen So Schön aufpassen, Fuchsi Dass du nicht hier unten in die Fänge der Viecher gerätst Ach shit, das rollt nach links runter Ah, das ist natürlich doof Die sind aber auch aus Stahl, die Viecher Kriege ich das weit genug geworfen? Ich weiß es nicht Hopps Nein, kriege ich nicht Okay, dann bringt mir das natürlich nichts so rum Wie ich das jetzt gestellt habe Glaube ich zumindest Dann werden wir es wohl doch nochmal umstellen müssen Ich habe jetzt nur das Problem, dass ich nicht mehr unten rankomme Das ist natürlich doof Höchstens, höchstens Doch es geht schon Lass nochmal hier kurz einen Felsen runter Einen Felsen, einen Eisblock runterschmeißen So, und in dem Moment, in dem es das hier erwischt Ah, okay Kommt man trotzdem nicht durch Ich dachte, dass es dadurch vielleicht abgelenkt ist Hm Aber das kann doch nicht sein Da muss es doch eigentlich stimmen Wenn wir das nach rechts stellen Wenn man es dann nicht mehr zurückstellen kann, oder? Das ist ein bisschen verwirrend, finde ich Na gut Fuchsi Stell es nochmal rüber So Und dann probieren wir das Ganze nochmal mit der Einstellung Vielleicht kommen wir so ja doch besser Her mit dem Eisblock Und rein ins Wasser Kann es sein, dass wir Ach du Schande Ich habe die Befürchtung, dass wir jetzt eine Timingaufgabe haben hier Oh je Wie soll ich denn das hinkriegen? Na gut Äh Na das kann toll werden Und jetzt den hier rüber Komm, 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 komm Schneller Jawohl 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 So habe ich mir das gedacht Und so funktioniert das auch Wunderbar Wir wechseln wieder auf Nuna Und können unseren Weg fortsetzen Läuft doch Läuft Das ist das noch Los ただ